Willkommen zu einer Runde Master Builders Mit dem Typ und mit Tobi Und wir müssen ein Fahrrad bauen Nein, die Tageszeit wollte ich jetzt hier einstellen Ein Fahrrad? Ich kann keine Fahrräder bauen Na dann lernst du es Läuft das jetzt mit Shader flüssig, oder muss ich den ausmachen, oder was ist hier los Minecraft, ach bitte Ähm, hm, wie braucht man ein Fahrrad, ne? Marcel, im Zweifelsfalle Kekse Oh, das war WhatsApp Web von gewissen Akions, die nerven, ich entschuldige mich Bei wem, bei uns? Ja, danke Ich mach Gravel, leider Who do you voodoo, bitch Nein Wie willst du das hinkriegen, Tobi? Wie soll ich überhaupt Räder hinkriegen? Lass mich in Ruhe, dann kann ich auch Gravel-Räder machen Bau sie rund Ne Okay, bau deine Räder eckig Ja, mach ich auch Immer des Prost Es ist mit dem rund seh ich jetzt auch nicht ein, ne? Okay, dann bau sie halt dreieckig Mein Gott Seh ich halt echt nicht ein, funktioniert halt nicht, äh Ach, man kann doch fliegen, ich Held Ich bin die ganze Zeit am basteln, äh, 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 wie komm ich jetzt da hoch, äh, warum bin ich in Ruhe? Ah, mein Gravel, damit wollte ich Räder bauen Oh Gott Wenn das so weitergeht, werde ich nur Räder haben Oh nein Also so wie ich gerade meine Räder-Power, könnte man nicht mal Gravel benutzen Der würde eiskalt auf den Boden fallen Ach wirklich? Gravel fällt auf den Boden? Was? Nein, macht Gravel eigentlich nicht Das ist mir neu Ja, ne? Ich glaube, ich setze gerade zu groß an Ja, ich auch Wo do you wo do it? Mir fehlt der Ansatz Bitte was Perfekt, ich habe einen riesengroßen Kreis hingestellt Dann stelle ich mal zweiten daneben Oh nein Eins, zwei, drei, vier, fünf, okay Hm, das Problem ist die Erklärung, es ist schmutziger Donnerstag, funktioniert irgendwie nicht so Wir sind immer so Okay Was ist heute schon Donnerstag? Das wird ein eher abstraktes Fahrrad Wie sieht ein Fahrrad aus? Es hat runde Räder, glaube ich Ne, hat's nicht So, was habe ich dann immer im Kopf? Äh, ein Gehirn Nein Jawoll Das haben wir euch schon festgestellt Das habe ich mir gedacht, dass das jetzt kommt Nein Predicted Ähm Oder zumindest eins, was kein Mathe Wie baut man Wie war das? Ich mag Mathe Es bringt dumme Menschen zum Weinen Oh, ist Okay, das ist der endgültige Beweis Easy Okay, ich habe sogar einen Lenker oder sowas ähnliches Als ob Ich werde gleich Räder haben Geil Wenn die Zeit rum ist Gut, du bist noch langsamer als ich Das baut mich noch auf Ich habe auch Räder an meinem Longboard an meiner Wand Toll So, ich habe sogar Ich sage nichts Na, das war gar kein Zaun, das war ein Oh, ich habe mich verbaut GG Das war ein Gates Sehr gut Oh, ich habe uns verbaut Oh, scheiße Wie darf er das? Doch, ich baue jetzt ein Einrad Ist mir scheißegal Aber das ist kein Fahrrad Ich baue ein Einhorn Minecraft, please Dann baue ich jetzt so ein lustiges Fahrrad, dass so zwei verschiedene große Räder hat Das ist ungefähr auf Windows, da gibt es schon einen Hörner Das habe ich auch mal gebaut Das habe ich auch mal gebaut Da war plötzlich das eine Rad zu groß und ich hatte keine Zeit mehr Dann habe ich auch richtig was gebaut Ich mache ein Lapislazu in die Sattel So, ich bin fertig Ja, schön, dass du beim Sattel bist Ich bin fertig Es ist wunderschön, es ist sogar rostig Der Punkt ist halt, meins sieht gar nicht mal so dumm aus Meins schon Der Punkt ist halt, meins schon Meins ist kein Fahrrad, meins ist zwei Räder Ich muss den Sattel hier loswerden, der ist scheiße Ähm, woraus baue ich denn deinen Sattel, verdammt? Ich mache einen Glassattel Oh ja, voll bequem Meinst du mal einen Unfall baue? Ja, okay Geil Ich mache eine Lampe dran An den Sattel? Nein, ans Fahrrad So, äh, es gibt doch Ja gut, wenn man erstmal sowas ähnliches hätte wie ein Fahrrad Was? Könnte man das vielleicht tun Ein Ding, wo man eine Lampe dran bauen könnte Da ich sowas nicht besitze Äh, leuchtet Endstone? War das Endstone, was geleuchtet hat? Nein, Glowstone Weil, äh, Glow So, äh, leuchtet Verdammt Perfekt Das, das, das sieht es sich aus Das ist meins Ich hatte keine Zeit Äh, es sind vor allem Dreiecksräte Ja, es hat nicht funktioniert, wenn ich esse Es ist nicht in die Welt Wutu you, wutu, bitch Nein Ich wutu dich gleich What? Das ist wie meins, nur ein Fortgeschritt... Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht Ja, der Pedal ist ein bisschen merkwürdig, aber... Das hat ein Gut bekommen Ich danke schön Äh... Bitteschön What the fuck? Alles klar Christian? Christian? Ja? Es tut mir leid Das ist ein Jump'n'Run Guck way Ach, verdammt Ich sag ja, ich war zu abgelenkt von diesen Rädern What the fuck? Das sieht gar nicht so schlecht aus Das ist richtig gut eigentlich Äh, das hat eins drüber gezimmert bekommen Es hat ovale Räder Das ist gut Okay Der Kerkel Ich geh mal soweit und sage, es ist besser als meins Denk mir Oh What the fuck ist das? Lädt das nur bei mir nicht, oder ist das einfach unfertig? Ah, nein, das lädt nur bei mir nicht Das entspricht zwar nicht der normalen Form eines Fahrrads Ja Das kriegt rein It's okay Äh... Äh... What? Doch! Nee, doch, 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 das sieht aus wie ein Fahrrad Guck das mal an Ja... Äh... Es ist okay Es ist okay Die Räder sind etwas zu klein Okay Aber Fahrrad ist auch... Alles klar Äh... Äh... What? Tobi Okay, es hat keinen Glasatel, es ist die von Tobi 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 Und wo ist der Closedor? Äh... Also, wo... What the fuck? Oh, wurde es gesprengt Aus Wolle Äh... Äh... Ja... Es sprengt! Stimmt Es ist pixel laut, fast Mach es weg Warte mal Sprengt es! Äh... Äh... Der gibt so viel Gas, dass die Räder qualmen Ich bin jetzt sauer Und gesprengt! Ich bin jetzt sauer Picycle! Du bist zähme! Huuu! Hype! Ach verdammt, ich habe es zu spät gesagt Ja... Untertitelung des ZDF, 2020